Hope, es gibt kein Zurück. Du kommst an oder du stirbst. Von Pearl Martin. Das Buch ist sehr gut geschrieben und man kann sie auch sehr gut in die Charaktere hineinversetzen. Es ist ein sehr spannendes und abenteuerliches Buch. Der 19-jährige Kanadier Mathis begleitet Hope in den 11 Jahre alten Somali auf dessen abenteuerlicher Flucht quer durch Südamerika. Kaum gestattet, heften sich zwei zwielichtige Typen an ihre Ferse. Nicht die einzige betrogen, der sich Hope und Mathis unterwegs stellen müssen. Auf ihrem atemberaubenden Trip über den Amazonas, die Panamericana und auf dem Dach eines rasenden Güterzugs lauert der Tod überall. Mehr als einmal können sie ihm nur knapp entkommen. Werden die beiden es in die Freiheit schaffen?